Warnung, mechanischer Kampfhund. Ich hab noch ein Messer, ne? Kampfpistole. Oh, scheiße. Verdammt, Feuer! Dieser Geruch, wie in dem Sumpf der Heim bei Johnsons Hof. Tote Pflanzen und modriges Holz. Klingt doch gut, oder? So, noch mal ne Flasche Bier. Ne, das ist Wein. Es ist sehr selten, dass ich jetzt mal... oder es ist ziemlich lange her, dass ich Wein... Was haben wir denn hier? Hunde essen, alles klar. Diese alte Knarre haben wir, die? Aber weiß ich noch nicht, wie viel Munition wir von da... Können wir doch mal ausprobieren. Ja, komm mal her. 30 Schuss. Probieren wir die doch einfach mal aus. Jawoll. Sturmgewehr Munition, alles klar. Sehr schön eingesammelt, geil. Ah, da ist was, wo es weitergeht. Jawoll. Das ist gut. Wollen wir hier noch einen Helm? Guck mal, hier sieht man noch die Wirbelsäule. War da was, was? Mal umschauen hier. Vom Detail her muss man das doch mal mitnehmen, hier von Wolfenstein. Das ist mal richtig geil gemacht. Das brauchen wir jetzt. Richtig geil gemacht, hä? Gut, macht mal auf jeden Fall mega Laune, das Spiel. Mega. Ich weiß nicht, warum euch das nicht so gefällt, das Spiel. Schreibt mal da mal Feedback rein, was euch stört. Oh, ja wohl. Achso. Let's go. Wow. Au, bockens. Wau, 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 bockens. Ah. Da gibt's Gold, aber da kommen wir nicht hin. Wau, bockens. Neverill, ne, da? Yeah. Wuppagandos da! Ey, yo! Äh, ja, okay, so konnte ich es nicht... Alter, was ist das denn, ey? Ein richtig geiles Schwert, boah! Totenschädel, oh Virus, Totenschädel, oh, geil! Kennt ihn, aber kennt ihn! Äh... Eine Ausgrabungsstätte hier, guckt einer an! Warte mal, ich würde mich jetzt interessieren... Wo war das mit dem Gold? War das da? Äh, warte mal, oh, hallo! Ist das hier lang? Ach, C! Ach, du Scheiß, Alter! Du hast einen geheimen Bereich entdeckt! Okay, ähm, glaube ich, die Muniz wird jetzt erst mal nicht verbraten, dann nehmen wir lieber hier, das ist normales Ungewehr. Ja, da ist das Gold! Schau an! Sammelbares Gold 12! Ah, es ist das... Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-t! Arrgh! Wow! Das kommt mir vor wie in dem Film aus Katakomben. Falls dann einer von euch gesehen hat. Das ist hier so ein Schwert. Also hier ist Ausgrabungsstätten, guck mal, überall, ey. Diese Leiche, Schänder hier. Okay, ich wusste gar nicht, dass wir... Ah, warte mal. Karte, Katakomben. Ja, guck mal einer an, oh. Und die hintersteht auch noch im Kopf. Okay, ich hab dich sicher. Was? Wo? Hab dich! Auch. Wer auch immer das war. Äh, Notiz von Helga, muss diese Inschrift auf dem, äh, Sarkophag übersetzen lassen. Edith, Regine, Sineris, Hicks, Sacro, Haken, Gewisse, Habit. Ah ja, komm, wir wollen mal vor, wir jetzt wie bei Tempelritter. Ja, also sehr, äh, interessant. Ach, guck mal einer an. Aber immer das Messer im Kopf. Ja, der hat wohl noch gelebt vor kurzem. Das ist das Bessert. Also, ich hab noch nicht mehr Cody. Ich werde nicht mehr in ihm. Oh, ich werde nicht mehr in ihm. Ich werde nicht mehr in ihm. Ah ja, der hat wohl. los ändere deine position ihr schweine ok ja ich habe jetzt erstmal kurz wieder mit meiner community ccg aufgenommen ich finde schön dass ihr das akzeptiert und dass euch das so gefällt moment das ist doch wieder ein geheimer bereich hier oder so guck mal rückzugspunkt hier die helme wir haben aber rüstung doch könnte man gebrauchen da haben sie den helme aufgesetzt auch nicht schlecht coole sache geiles feature auf jeden fall da hier deine position habe ich jetzt bei ihm geändert messer habe ich doch gar nicht eingesammelt da jetzt ein unsichtbares messer war da kann man einfach mal mit bin ich sicher da stand doch glaube ich hier vor oder von der anderen seite ich weiß es jetzt auch nicht man mann 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 da haben sie sich aber viel mühe gegeben um ja wolfenstein hier mal schön interessant zu gestalten schöne alte wolfenstein vor allen dingen gold der knochen und das sieht zumindest so aus haben wir hier oben wo ich gerade gesehen habe bestimmt sein dass wir noch mal wieder so einer ich schwöre dir ich könnte ich könnte mir so eine schwertrüstung könnte ich mir machen also eine schwertrüstung nein so eine so kleine schwertzimmer ja schon wieder ganz ruhig mausi aber da haben sie ihn das der kein schwert warum war das gelassen wer zu glauben auch guck mal da war schon wieder gold aber der sound wenn das gold gefunden hat aber heftig ich schwöge gerade in Ostergie schon allein aber ich finde das gerade einfach äh lauf vorwärts und drücke umschalt links leert äh plus um ja 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 nehmen wir das mit da ist ja jetzt müssen wir sie doch mal nehmen machen wir jetzt ja kommen wir nehmen wir sagen wir mal äh wo geht es jetzt eigentlich weiter hier ist das gar immer so ein bisschen jetzt bin ich zwar hier drüben aber ach so hier war eine treppe da ist das zur zentrale da machen die hier auch noch solche schilder da dran ich glaube nicht dass es die früher gab aber granate werfe ich jetzt auch nicht wie das geht deswegen das hat sich schon ein paar mal eingesetzt da ab obere katakomben obere katakomben könig ottos frau er die liegt irgendwo in den katakomben von burg wolfenstein begraben aha was ist das ach komm das ist eine olle motto lassen wir sie leben er macht aber auch kracht die bumme dort da unten haben wir noch toll war gar nicht erst gesehen sauberrei äh mich würde jetzt aber trotzdem interessieren äh kontrollpunktoption steuerung hauseempfindlichkeit maus glättung printen zielen drucken sound grafik aktivieren äh ok ich kann ja einfach mal äh ok machen wir dann einfach gehen wie granate da geht es halt nicht weiter ok wie komme ich da jetzt hoch achso eh ach weg das tut sich aber auch wieder schwer mit deinem ich darf dich loslassen achso ich drück ja warte na warte ey ey ich füße dich erstmal bei mir dann vorbei da haben sie wieder ja mit der musste dann aber auch gucken dass du da echt jedes mal triffst achso da hoch ja moderner fahrstuhl jetzt hier in diesen äh äh katakom ist klar was haben sie sich hier dann einfallen lassen wir haben ja alles total umgebaut hier die säcke ok ja und hopp jawohl ach ne nicht schon wieder ja 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 Das war's für heute. Und einer oben lang.